Für die Crew am spannendsten ist es eigentlich von dem Moment, wo man dich als Radlfahrer nach einer langen Schlafpause aufs Radl setzt, bis zu dem Moment, wo du wirklich wach bist. Ja, schau, Fiere. Ja, wo fahren wir hin heute? Was ist da drauf gestern, dass wir die Schlafpause machen? Oh. Konzentriertet. Knie ziehen, 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 frequenzaufel, komm! Ziehen, drucken, ziehen, drucken, ziehen, drucken, ziehen, drucken, ziehen, drucken. Hecherergang, Alter, Hecherergang! Was glaubt ihr, dass wir die Schlafpause machen? Ja, Blumiten. Ja, Blumiten, da fahren wir hin. Und die Schlafpause hat es gemeint, dass wir in Athens vielleicht machen. Die nächste. Die nächste, genau. Wir sind schon so weit. Und Mittwoch sind wir dort, heute ist Montag. Ja, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Ja, fast. Ich bin noch nicht der Ausgehend-Vorwahl. Oli und Hoffi hat irgendwie gleich ausgeschaut. Ja, fahrt mich jetzt durch die Ita. Jetzt der Johnny ist der Fahrer. Ich tue navigieren. Also ich, der Kaui. Und der Rainer sitzt hinten. Okay, ich bin wieder da. Na wohl! Hey! Stark! Johnny? Ja. Ja, bitte. Ja, hey! Hey! Ich kenne dich auch. Kennst du dich aus? Ja. Es dauert immer ein bisschen. Ich muss immer so lachen. Ich kann mich noch so erinnern, wie mir gesagt wurde. Und ich sehe, am Mittwoch sind wir dort und heute ist schon Montag. Und ich weiß noch, wie ich mich über die Aussage wirklich gefreut habe. Das war so eine Erleichterung, weil ich mir dachte, hey, am Start des Rennens hätte man auch gesagt, am Mittwoch sind wir dort. Aber am Mittwoch in einer Woche. Und plötzlich waren es nur mehr zwei Tage. Ja, aber es ist wirklich, dieses Aufwachen dauert einfach so eine Schlafpause. Und dann sitzt man hinten im Auto und redet sich den Mund fußlelig. Rechts bleiben, rechts bleiben, am rechten Straßenrand bleiben. Nein, anderes rechts. Vom körperlich fähig sein Rad zu fahren, bis geistig zu wissen, dass man in einem Radlrennen ist. Das sind immer für die Crew ganz interessante Minuten, halbe Stunde, bis da wieder was passiert. Ich bin ja froh, dass ich jetzt über das, wenn ich es im Nachhinein höre, oder mir Geschichten über das austauschen, dass ich darüber lachen kann. Weil solche Gespräche wirklich unglaublich lustig sind, wo es da oft für die Meldungen kommen. Aber natürlich in dem Moment, dort drinnen zu sein, ist halt alles andere wie witzig. Weil das sind die allerhärtesten Phasen im Rennen. Du bist nach dem Unterwerden einfach schlechter drauf wie vorher. Der Kopf ist noch irgendwie im Zeitlupenmodus. Ich denke mir immer, was willst du hier von mir? Warum stresst du mich so? Warum kann ich mich jetzt nicht ein bisschen länger ausschlafen? Also vielleicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde mehr? Dann reden alle auf mich ein und eigentlich will ich einfach nur ein bisschen mehr Ruhe und in meinem Tempo Radfahren und ihr macht es einfach einen wahnsinnigen Stress. Aber ich weiß natürlich schon, dass das notwendig ist, dass es nicht anders geht. Aber in dem Moment bin ich da nicht unbedingt so begeistert, wenn ihr zu mir da so eine gewisse Härte zeigt. Das hast du dir selber ausgesucht. So ist das Rennen, so sind die Regeln und da ist die Crew gnadenlos. Gut so, weil wenn ihr mir aussuchen könnt, wie die Schlafpausen ablaufen, wie lange sie sind oder wenn sie stattfinden, dann wären wir wahrscheinlich heute noch unterwegs und dann nicht im Ziel. Das Schlafen ist einfach brutal. Wir kommen ja im ganzen Rennen auf eine Schlafzeit von etwa 5,5 bis 8,5 Stunden. Bei einer Stehzeit von? Ja, die Stehzeit ist im Bereich 10 bis 16 Stunden. Also wir haben natürlich immer wieder versucht, das genau mitzudokumentieren und aufzuzeichnen. Aber es ist ja nicht oft schwierig, wenn du eine Minute stehst bei einer Ampel, wenn du irgendwo eine Minute stehst, weil einer kurz pinkeln muss. Vielleicht ganz kurz, tagsüber ist das kein Problem. Aber in der Nacht, ich habe es das letzte Mal erklärt, dass er tagsüber die ersten 2.000 Kilometer Leapfrog und dann ist Direct Follow erlaubt, aber nicht verpflichtend. In der Nacht ist Direct Follow, das bedeutet, der Radlfahrer muss immer im Lichtkegel vom Auto fahren. Und wenn jemand im Auto pinkeln muss, dann muss der Radlfahrer auch stehen bleiben. Es ist in Wirklichkeit so, ich darf in der Nacht keinen Meter ohne Auto fahren. Und ich unternehme es halt alles damit bevor. Ich glaube, es ist noch Ortszeit geregelt, 7 bis 7 immer, oder? Genau. Weil es ja auch recht schwierig ist, das weißt du eigentlich besser, aber wir haben ja eigentlich immer 2 Uhrzeiten laufen, die Race Time und die Ortszeit. Genau. Und es gibt während den Rennen dreimal Ortszeit. Es gibt die Westzeit, es gibt die Mountain Time und es gibt die Ostküstenzeit. Und in ein paar Indianer Reservate gibt es dann noch eine Zeitverschiebung von einer halben Stunde. Und letztes Jahr, ganz interessant, hat es dann noch ein Reservat gegeben, wo es plötzlich eine Sommerzeit gegeben hat. Das war dann wieder komplett anders. Aber für die Rennleitung, für die Time Stations zahlt die Race Time, das ist Ostküstenzeit. Aber für das Auto, für die Regelung, wann ist Direct Follow verpflichtend, zahlt immer die Ortszeit und das ist 19 bis 7 Uhr in der Früh. Ja und ich merke das immer, wenn so der Nachmittag zu Ende geht und wenn es langsam Richtung Obendämmerung geht, dann wird die Crew hinter mir nochmal nervös, weil dann nochmal schnell die Möglichkeit nutzen zum stehenbleiben für eine Klopause und zum Auto auftanken, damit wir dann ab 19 Uhr auf keinen Fall mehr stehen bleiben müssen und dann wirklich durchfahren können. Wäre ja echt passiert manchmal, kann man nicht verhindern, aber es sind echt blöde Fehler, wenn man dann wirklich nach 19 Uhr nochmal tanken muss und der Ralfauer steht dann einfach bei der Tankstelle blöd herum, während wir das Auto voll tanken müssen. Aber eigentlich würde man ja heute über Grenzerfahrungen sprechen. Die gibt es bei dem Rennen ganz speziell und wahrscheinlich sind die krassesten Grenzerfahrungen wirklich die in der Nacht und vor allem nach dem Aufwachen, weil da kann ich mich zwar an viele Sachen erinnern, es ist nicht so, dass ich Dinge vergisse. Also wenn ihr da auf mich einredet, ich reagiere vielleicht nicht drauf, ich bin nicht herrer Lage im ersten Moment, aber ich kann mich an die meisten Sachen ganz genau erinnern. Und ich glaube, dass es bei allen möglichen Problemen das bei dem Rennen geben kann. Also wir haben da wirklich immer so eine Listen, auf denen wir uns speziell vorbereiten, dass man halt auf jedes Problem wirklich im Vorfeld schon weiß, wie man reagiert, dass die Müdigkeit und der Schlafentzug einfach das Härteste am Ganzen sind. Weil man das auch einfach nicht trainieren kann. Weil man bleibt daheim nicht 48 Stunden wach und schaut, wie es einem geht und wie man dann darauf reagiert. Weil es auch nichts bringt, weil ich zum Beispiel im Training ja versuche, mich maximal zu verausgaben und dann so gut wie es geht zu regenerieren. Und ich würde nicht meine Leistungsfähigkeit oder meine Kondition verbessern, wenn ich jetzt einfach im Training nicht schlafe. Schlafentzug auszuhalten ist eine Geschichte von erstens, warum mache ich das? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Du würdest in einem Training daheim im Prinzip keinen geben. Und Schlafentzug auszuhalten ist auch etwas, was mit erstens Erfahrung zu tun hat und zweitens auch noch mit Unterstützung von außen. Das heißt, wie reagiert ihr darauf, wenn ihr seht, mir geht es nicht gut oder mein Körperspruch ist schlecht oder ich gebe keine Antworten mehr, wenn ihr etwas mit mir fragt. Und da habt ihr eigentlich ein ziemlich gutes Repertoire wieder auszuhalten. Ja, es ist wichtig in solchen Situationen den Athleten sehr gut zu kennen, weil halt jeder anders ist und anders reagiert auf so Schlafsituationen, was bei uns bis zu einem gewissen Grad immer funktioniert und für uns dann im Nachhinein auch immer sehr lustig ist, wenn du Schlafentzug hast und Halluzinationen oder irgendwelche Aussetzer einfach mitspülen. und dir einfach das Gefühl zu geben, das, was du uns da gerade erzählst, das ist total normal und wir sind jetzt da mittendrin und lassen die einfach in deinem Glauben. Irgendwann kommst du dir von alleine drauf, aber es wäre halt verschwendete Energie. Und vielleicht, wenn wir dir jetzt sagen, nein, so ist es nicht, das ist ganz anders und das stimmt gar nicht. Und vielleicht verunsichert dich das dann sogar so sehr, dass du absteigst vom Radl und das will ja auch keiner. Und da sagen wir, ja, ja, passt schon, wir machen schon, wir kümmern uns drum. Es ist schon angerufen worden, es ist schon alles organisiert, es kommt gleich jemand, aber vor der Wahl weiter. Beste Geschichte oder eine der besten Geschichten, wenn ich mir zurückerinnern war. Ich bin irgendwann einmal nach drei, vier oder fünf Tagen, ich weiß es nicht mehr, aber die Geschichte weiß ich noch ganz genau. Da hingefahren nach einer Pause, es ist mir gerade kalt gewesen, ich habe noch ein bisschen Schüttelfrost gehabt, weil das ist auch eines der Dinge, die man erlebt, wenn man munter wird und der Kreislauf noch nicht ganz auf der Höhe ist. Und ich habe mir einfach Sorgen gemacht, wo ist mein Radl? Ich habe mein Radl vergessen und dann ist mir eingefallen, ich habe, glaube ich, gerade irgendwo im Wohnmobil geschlafen und die einzige Möglichkeit ist, ich müsste mein Radl im Wohnmobil vergessen haben. Dann habe ich das meiner Betreuer gesagt und die Antwort war dann so, ja, ja, das macht gar nichts, wir haben im Wohnmobil schon angerufen, die bringen dir dann die Radl und du kannst der Wahl weiterfahren. Und in dem Moment war ich einfach glücklich und zufrieden, weil ich gewusst habe, hey, meine Crew versteht mich und die helfen mir. Und wenn ihr in so einer Situation zum Beispiel sagt, hey, du hast gerade einen völligen Blödsinn geredet und du sitzt eh gerade am Radl, von was fantasierst du da, dann hätte ich das Gefühl, ich bin in einer anderen Welt wie ihr. Ihr seid irgendwie, ihr wisst es mehr als ich oder ihr seid es vielleicht nicht auf meiner Seite. Man hat ja dann in dem Schlafhinzug ganz komische Vorstellungen und deswegen ist einfach das Beste, ihr lasst mich im Glauben und ich denke mir so, hey, die verstehen mich, das sind echt gute Leute. Ja, und wenn du mir erzählst, du bist gerade auf deiner Trainingsrunde und es geht super dahin und bist schon das dritte Mal bei der gleichen Kreuzung vorbei und du fährst da im Kreis und es geht super dahin, dann werde ich dir nicht erklären, dass wir auf einer geraden Linie von West nach Ost fahren und in einem Rennen sind. Weil es ist ja wirklich, in dem Moment, es geht ja wirklich super dahin, es geht etwas weiter, es wäre einfach schade, die da rauszuholen. Ja, es gibt ja Geschichten zum Beispiel von Juri Robic, der fünf Wochen Ramsey war und zu seiner Zeit, bevor er dann in einem Verkehrsunfall verstorben ist, der absolut Beste war, gibt es Geschichten und Berichte über ihn, dass sein Kreuz oft wirklich so ins Negative gezogen hat. Also es gibt schon Halluzinationen, die wirklich dann mit Angst zu tun haben. Er war Soldat, er war beim Heer und da ist er halt teilweise auf der Flucht gewesen vor anderen Soldaten und hat sich solche Sachen eingebildet und sein Crew hat das noch befeuert. Also da ist dann vielleicht schon die Frage, was kann man noch moralisch vertreten. aber ich glaube, so wie wir das machen, wenn ich glaube, ich fahre im Training und dabei ist es ein Rennen oder wenn ich glaube, mein Radl ist verloren worden und ihr habt das eh dabei und ist das, glaube ich, noch nicht so schwergewichtig. Oder du sitzt drauf, dabei haben ist das eine, drauf sitzen und da hinfahren ist, ist was anderes. Eine Geschichte vom Schlafentzug weiß ich auch noch, das ist mir bei einem anderen Rennen passiert beim Race Around Slovenia, wo ich vorher schon kurz erzählt habe, da gibt es eben einen Start am Abend, um dann noch zwei Nächte durchzuhalten. Da bin ich mir wirklich eingebildet am Boden, der weiße Streifen ganz rechts und der Mittelstreifen, das ist alles kilometerlanges Klopapier, das da ausgeholt auf der Straße liegt und ich habe jetzt den Auftrag, dass ich das ganze Klopapier aufrolle und da quasi Ordnung mache und die Straßen zusammenräume und ich muss da jetzt die ganzen Straßen reinigen von diesem ausgeholten Klopapier. Und da war ich natürlich maßlos überfordert und habe mir eine Sorge gemacht, wie soll ich das schaffen. Ich habe irgendwie mich nicht ausgesehen, wie soll ich da jetzt die ganzen Straßen freibringen von Klopapier. Das war eine Situation, die war schwieriger zu meistern, weil da hat mir niemand irgendwie erklären können, dass das eh passt und dass das irgendwie eh alles gut wird. Aber das war, wie gesagt, eine der schlimmsten Phasen, die ich gehabt habe, weil wir da zwei Nächte wirklich komplett ohne Schlaf auskommen versucht haben. Und das haben wir ja beim Remitz immer geändert, dass wir doch ein bisschen früher die Schlafpause machen, dass so die ganz krassen Müdigkeitserscheinungen gar nicht auftreten. Also es ist wirklich eine Gratwanderung, ich will ja nicht, dass das falsch verstanden wird und immer nur lustig ist. Man ist auch im Verkehr unterwegs, man ist auch auf Straßen unterwegs und das rechts bleiben, rechts bleiben, anderes rechts. Man schaut schon auch auf die Sicherheit des Fahrradfahrers und du bist da in unserem Lichtkegel im Peska. Das ist alles schon sehr sicher, aber man darf nicht vergessen, dass man auf öffentlichen Straßen unterwegs ist. Und man darf das nicht nur lustig sehen. Es ist überhaupt nicht lustig. Ich mache es mir oft manchmal lustig, damit ich selber oder es bleiben mir oft im Nachhinein viele lustige Geschichten hängen und die ganz wüten Geschichten blendet man bald aus. Aber natürlich, man muss dazu sagen, es gibt beim Race Across America bisher zwei tödliche Unfälle in der mittlerweile 37-jährigen Geschichte des Rennens und beide waren Verkehrsunfälle mit Müdigkeitsursache. Das heißt, du bist Radfahrer einmal im Sekundenschlaf auf die linke Straßenseite gekommen, tagsüber in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt und ein zweites Mal ist, was passiert, wo man es nicht weiß, weil kein Auto dabei war und das sollte nicht passieren. Also wir schauen auch wirklich als Crew immer darauf, in deiner Nähe, in Sichtweite zu sein, um genau sowas so gut wie möglich zu verhindern. Bei dem Unfall, den du jetzt eben meinst, war noch zusätzlich das Problem, dass die Regelung verletzt worden ist, sprich es war schon dunkel und der Radfahrer ist trotzdem ohne Crew unterwegs gewesen und das ist ja eigentlich nicht erlaubt. Und daher war es dann wirklich schwierig, weil ja da wirklich dann die Frage war, warum passiert sowas? Wer ist schuld? Warum ist die Crew nicht bei ihm oder hat der Radfahrer selbstständig gesagt, er fährt weiter? Also zum Kick ist bei uns die Vertrauensbasis so groß. Ich weiß, ich kann in dem Zustand mich aufs Rad setzen, weil ihr passt auf mich auf. Wenn es kritisch wird, würdet ihr mir noch mal Pause verordnen. Ihr wisst auch, dass ich das zusammenbringen kann, in dem Zustand weiterzufahren und das ist außerdem in der Nacht ja so gut wie kein Verkehr. Meistens, ja. Es gibt ein paar Passagen, die sehr arg sind vom Verkehr her. Also es gibt ein paar Passagen, wo das Verkehrsaufkommen sehr groß ist. Und da merkt man, dass das zusätzlich zährt an deinen Nerven und dass der Verkehr, obwohl du schon müde bist und man eigentlich denkt, okay, jetzt müsste man voll konzentriert sein, das dir eigentlich noch müder und unkonzentrierter macht. Und das sind dann die Phasen, wo man dann immer sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend sein und dann lieber noch einen Bauer nicht mehr machen. Da gibt es eine Passage, die 150 Kilometer über den Highway, das ist eines der verkehrsreichsten Stücke auf der ganzen Strecke. Da ist so wahnsinnig viel Verkehr. Da fährt man am Pannenstreifen. Da liegt nur Roadkill und kaputte Reifen und Felgen und sonst irgendwas herum. Und da ist so wahnsinnig viel Verkehr und da muss man wirklich gut aufpassen. Aber es gibt ja den anderen Effekt, dass umso mehr los ist, umso weniger blockt der Schlafentzug oder blockt mir die Müdigkeit. Weil zum Beispiel eine Abfahrt in den Rocky Mountains ist insofern so schwierig, weil es oft sehr lange gerade runtergeht und es geht lange Zeit bergab, man ruht da hin, man muss nicht treten. und da ist es mit der Müdigkeit viel, viel schwieriger als zum Beispiel, wenn man in die Alpen unterwegs ist beim Racer in Austria, wenn man an Crossglockner runterfährt und man ist müde, hat man so einen Stress, weil viele Kurven sind schwierig technische Abfahrt und da musst du voll konzentriert sein. Da verfolgt das Gehirn nicht in so einer Monotonie und so einer Müdigkeit wie auf einer ganz monotonen, geraden, langen Passage. Und ähnlich ist es schon auch im Verkehr. Also ich merke, wenn jetzt kurzfristig viel Verkehr ist, dann bin ich wieder hellwacht und stresst und wird Adrenalin ausgeschüttet. Aber natürlich, wenn diese Phase länger andauert wie auf diesem Highway, dann ist einfach nach einer gewissen Zeit der Kopf überfordert und dann wird es im Verkehr auch extrem gefährlich. Um das Müdigkeitsthema irgendwie abzuschließen, ich glaube, man kann es sich einfach so vorstellen, es ist ähnlich wie beim Autofahren. Jeder kennt das Gefühl, wenn du spät am Abend in der Nacht allein im Auto sitzt und du kämpfst mit der Müdigkeit und es ist wirklich schwer und es ist besser, du bleibst stehen und machst eine kurze Pause. Aber es ist viel leichter, wenn du einen zweiten hast, einen Beifahrer, mit dem du einen Spaß hast, mit dem du reden kannst. Und so ein Kiko wie so ein Beifahrer unter Anführungszeichen, nämlich ein ganzes Auto mit Beifahrer hinter mir und ihr seid immer lustig und haltet mich bei Laune und durch die Funkgeräte, die es mittlerweile gibt, mit denen du immer eine große Freude hast, wenn du das konfigurieren darfst, wird das Ganze nochmal um einiges erträglicher, weil dann kann man wirklich gut reden. Ja, das ist der mentale Aspekt der Grenzerfahrungen, die man bei dem Rennen, also ich denke auch, das ist das Wichtigere und das Schwierigere, verständlich zu machen, weil wenn ich zurückkomme von einem Ram, dann fragen mich alle, wie schaut sein Hintern aus? Und das wäre dann eigentlich das Körperliche, was man irgendwie viel mehr verständlich machen kann. Das will jeder wissen. Obwohl ich als Hobbyfahrer natürlich weiß, dass die Fußsohlen und die Hände eigentlich die größeren Problemstellen sind als der Hintern. Ja, du kannst die Frage sicher gut beantworten, du schaust jeden Tag zwölf Stunden auf meinen Hintern. Aber du siehst halt nicht, was da drunter passiert. Aber da ist die Hosen noch dazwischen zum Klick so genau, wie es dann auch nicht wissen. Ja, natürlich ist der Hintern eines der gröberen Baustellen. Da haben wir auch schon sehr viel dazugelernt, wenn ich zurückdenke. Erstes Ram, zweites Ram. Da waren es wirklich fleischige, offene Stöhnen. Da war der Hintern komplett offen. Es war so schmerzhaft. Ich habe ein Schmerzmittel gebraucht, ein lokales und es war wirklich nicht lustig. Das hat sich dann glücklicherweise im Laufe der Jahre verbessert. Und zwar sind halt ein paar Faktoren wichtig. Gutes Sitzbooster in der Hosen. Die Sitzposition am Radl. Und natürlich der Sottl. Und noch etwas, nämlich was man sich einschmiert. Und da haben wir bei allen Bereichen ein bisschen was dazugelernt. Und wir haben auch, du hast auch ein zweites Fahrrad. Also es ist auch, wenn man vom Zeitfahrer aufs normale Radl und wieder zurück wechselt, dann sitzt man einfach ein bisschen anders drauf. Und die Druckstellen verteilen sich einfach ein bisschen besser. Ja, ich habe da jetzt wieder ein bisschen mehr Stress dadurch gekriegt, weil wir halt öfters einmal stehen bleiben müssen. Das darf man übrigens überall, wo man das möchte. Da gibt es jetzt kein Limit oder keine Regelungen. Man kann jederzeit das Radl wechseln. Aber das heißt, die Crew muss aktiv werden. Und in kürzester Zeit vom Tachträger das Gerät abbauen, vorfertig machen und das andere Radl wieder zurückbauen. Ja, Stress pur, wie immer. Weil da geht es um jede Sekunde wie in der Formel 1 beim Boxenstand. Aber das ist eben nicht nur vielleicht ein zeitlicher Vorteil, dass man aerodynamisch etwas optimiert hat, sondern wirklich auch, es macht es zum Sitzen leichter. Die Sitzprobleme sind im Laufe der Jahre weniger geworden. Es hat dann mein Sportarzt dann irgendwann selbst Sitzcreme entwickelt, wo eine Fettcreme drinnen ist, ein bisschen Olivenöl, dann was Antibakterielles, dass man keine Entzündungen kriegt. Also da haben wir wirklich selbst ein bisschen herumgetüftelt. Und daher sind jetzt die Sitzprobleme wesentlich angenehmer worden, wie in den ersten Jahren. Was aber beim Sitzen das noch größere Problem ist, nämlich ist die Teufelsspirale. Schlechte Sitzen heißt, man fährt mehr im Stehen. Und das heißt wiederum mehr Gewicht auf die Handflächen und mehr Gewicht auf die Knie und auf den Fußsohlen. Und die Nervenbahnen, die da halt durchlaufen, die sind wirklich, ja, sensibel. Und da hat anscheinend auch jeder Fahrer seine unterschiedlichen Schwächen oder Stärken. Bei mir ist es halt so, dass wir sehr bald die Finger einschlafen können. Die Straße ist rau, es vibriert immer der Lenker und mehr im Stehenfahren heißt mehr Druck auf die Handflächen. Andere Fahrer habe ich einmal gefragt, die haben das gleiche bei den Füßen, die haben eingeschlafene Zehen, aber bei den Fingern gar nichts. Das heißt, das ist anscheinend sehr, sehr individuell. Vielleicht sitzt du einfach schlecht drauf. Seit zehn Jahren Fahrradprofe und jetzt komme ich daher und erkläre dir, dass du schlecht drauf sitzt. Ja, tatsächlich ist mögliche Ursache immer die Halswirbelsäule. Wenn man zu gestreckt oben sitzt und den Kopf so weit nach hinten tut, dann erklärt dann jeder Physiotherapeut zu Recht, dass sich das auswirkt auf die Nervenbahnen bis in die Fingerspitzen. Du mit deinen Kinderradeln, so wie du da draufkauerst, dann so zugestreckt sitzt einmal nicht drauf. Nein, wir haben das schon einmal untersucht mit so Nerventests. Es ist tatsächlich der Druck vom Aufleger am Unterarm und der Druck in die Nerven in der Handfläche. Aber das ist halt leider etwas, man kann halt nicht alles vermeiden. Die Dinge sind halt leider einfach, ja, gehören halt leider dazu. Aber das sind Sachen, die sind managebar. 2015 sind wir dann vor einem körperlichen Problem gestanden, das war dann nicht mehr ein managebar. Da war es dann zum Aufhören. Ja, das war dann wirklich eine Grenzerfahrung, weil ich bin irgendwie der Meinung, dass das Wort über seine Grenzen gehen und an seine Grenzen stoßen, das wird ziemlich leichtfertig oft verwendet, weil die Leute glauben, du bist an deiner Grenz, wo es erst immer ein bisschen anstrengend wird. Oder wenn du im Alltag einmal nicht motiviert bist, um eine Stunde laufen zu gehen. Oder wenn du halt doch lieber ein paar Kekse isst und auf der Couch sitzt, anstatt die auf dem Ergometer zu setzen. Oder Zimtschnecken. Ja, hin und wieder ist es eh ganz gut. Oder eigentlich ist es immer ganz gut, aber es ist vielleicht nicht immer die beste Entscheidung. Ja, bei mir rennt es da offene Tür. Nein, ich habe heute auch mein Training von 72 Minuten nach 50 Minuten abgebrochen, weil ich bin an meine Grenzen gekommen einfach. Ich habe an deine zeitlichen Grenzen, damit wir uns da pünktlich treffen zur Aufnahme. Aber das ist vielleicht auch managebar. Die geistigen Grenzen, glaube ich, schränken uns viel früher ein. So allgemein, weil man oft einmal vergisst, warum tue ich mir das an? Was ist der Sinn dahinter? Was habe ich eigentlich vor? Ich kann oft nicht mehr positiv denken. Ich fange zum Zweifeln an. Und das Ganze, bevor ich überhaupt an meine körperlichen Grenzen komme. In inneren Schweinehunde reiche ich ganz bald einmal, wo ich mich echt zusammenreißen muss. Den Punkte reicht mir auch oft. Aber richtig an die Grenzen kommen, tut man es selten. Wenn es dann wirklich soweit ist, dann hilft auch die beste Crew der Welt nichts mehr, weil das ist was, das muss man mit sich selber ausmachen. Die beste Crew der Welt bringt dich nicht ans Ziel von einem Ram, wenn du nicht weißt, warum du das machst und warum du das unbedingt willst. Genau. Das muss in dir selber drinnen sein. Grenzen zu überschreiten, finde ich, ist ja auch gefährlich. Also zum Beispiel, jetzt sind wir wieder im Rennen 2015, mir ist es dann gesundheitlich echt nicht mehr gut gegangen und wenn man trotzdem mit aller Gewalt weitermacht, dann wird es nämlich wirklich auch lebensgefährlich und ich glaube, das will keiner. Schön ruhig ordnen, so gut es geht. Jawohl. Jetzt kannst du fühlen, wie möglich Sauerstoff heinten kriegst. Ich muss kurz. Komm. Nur drei Sekunden. Ja. Sauerstoff in die Lungen pumpen. Ja genau. Es geht alles weiter in die Haxen. Es ist gut vor dem Umpuffen, weißt du. Ja. Ja, was kaltes trinken, gut. Sehr gut. Jetzt schauen wir, dass wir weiterkommen. Ja. Ich will auch, ich glaube schon. Ich weiß. Und wir helfen dir dabei. Ja. Schau dir auf die Ordnung ein bisschen im Bauch. Die kriegst du auch nicht nur oberflächlich auf der Lunge. Ein Brustkorb. Richtig schön mit dem Bauch auch rauszufahren. Ja. 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 Mit dem Bauch auch. Mit dem Bauch auch. Mit dem Bauch auch. Mit dem Bauch auch. Ja. Ja, das war's gut. Ja, ich war jetzt schon. Alles gut. Und ein geschmeidiger Camping-Sessel. Thank you. Thanks a lot. Ja, da, jawohl. Perfekt. Ja, er ist jetzt von dem Anstieg doch ziemlich erschöpft. Die Hitze hat ihm doch sehr mitgenommen und er hat ein bisschen Wasser eingelagert. Und wenn man sich das hält, das macht er natürlich beim Atmen zu schaffen. Ja. Kannst du dir sagen oder was? Ja, er braucht auf jeden Fall jetzt ein bisschen eine Pause. Ich möchte schauen, dass er sich ein paar Minuten beruhigt. Ja. Damit wir sicher die Abfahrt da oder die nächsten Meter machen können. Es ist sicher eine Folge von der Höhe. Aber das wird sich rasch wieder besser, sobald wir unten sind. Irgendwie schaut das total gleich aus wie ein paar Lachen normalerweise. Ja. Vier Tage später gefüllt. Wir sind 30 Time-Stations vor der Situation, wo wir eigentlich normal sind. Wie geht's dir, wenn du das hörst? Ja, das sind genau die körperlichen Grenzen, an denen du da stehst bei dem Rennen. Also gerade am Anfang, das ist kein Gespräch zwischen zwei, die irgendwo sitzen, sondern man hört es an den Flipflop-Geräuschen vielleicht. Die spazieren neben dir her auf einen Berg, den du normalerweise ziemlich schon angestrengt, aber doch locker bewältigen kannst. Und es ist jetzt auch gesagt worden, dass normalerweise mir erst 30 Time-Stations später so geht. Das war, glaube ich jetzt, im Nachhinein ist mir immer gescheiter, nicht ganz die Wahrheit. Weil so, wie es mir durchgegangen ist, geht es mir normalerweise im ganzen Rennen nie, weil da habe ich wirklich schon deutliche Krankheitssymptome gehabt. Und normalerweise bin ich am Ende des Rennens zwar fix und fertig, aber halt nicht so angeschlagen, wie es damals 2015 am Kutschara-Pass war. Das war der dritte Berg in den Rockies, wo es ein allerletztes Mal auf 3000 Meter Höhe geht und wo nach man eigentlich dann die Berge verlässt und die Höhe verlässt. Wie hast du dich überhaupt in die Situation gebracht? Ja. Das war ja, also nicht nur Pech, aber auch ein bisschen Pech und Verkettung unglücklicher Umstände. Das war eine ganz lange Geschichte und es hat angefangen die Übelkeit ein paar Stunden nach dem Start. Und da war im Nachhinein, haben wir irgendwie gemerkt, wir haben die Ernährung ein bisschen anders eigentlich optimiert. In Wirklichkeit haben wir dann gemerkt, das war vielleicht nicht ideal, man hätte es nicht verändern sollen zu den Jahren davor. Dann war die Aklimatisation und die Hitze im Vorfeld des Rennens nicht ganz optimal. Im Rennen war es dann noch heißer als sonst. Das heißt, ich habe das Hitzeproblem dazukriegt. Und irgendwie hat mein ganzer Körper in dem Rennen nicht so richtig funktioniert. Und was wir dann auch später gelernt haben, war, dass ich zu viel trinken habe, weil es eben so heiß war. Und über viele Stunden und Tage hinweg zu viel trinken bedeutet, dass Wasser sich im Gewebe ansammelt und irgendwann im Körper einfach Wasser zurückbleibt. Im schlimmsten Fall bleibst du dann in der Lunge. Und das war halt dann bei mir so, dass ich habe körperlich zugenommen, ich habe Wasser eingelagert, ich habe dicke Waden gehabt, ein kugelrundes Gesicht und Wasser in der Lunge. Und habe dann halt wirklich schon gekämpft mit der Atmung. Und wie wir dann oben am Berg waren, war die Frage, sofort Abfahrt, weil dünnere Luft würde das besser machen. Das Verlassen der dünnen Luft würde das besser machen. Oder oben kurz Pause machen, weil ich vielleicht unsicher bin in der Abfahrt. Ich weiß nicht, ob es andere Meinungen auch noch gegeben hat, aber es war glaube ich für euch in der Crew irrsinnig schwierig, da abzuwiegen. Es hat noch den dritten Vorschlag gegeben, mit dem Wohnmobil runterfahren, dich einpacken, unten schlafen, hoffen, dass es dich bessert, dich wieder zurückraufführen, weil du musst ja alles an Strecke mit dem Rad bewältigen. Und dann, wenn es dir besser geht, die Abfahrt zu fahren, das war die dritte Option, ist dann verworfen worden, weil der Benefit im Vergleich zu selber abfahren minimal war, aber der Zeitverlust riesig. Ja, aber ich kann mich einfach noch daran erinnern, ich habe wirklich sehr, sehr selten Angst, wirklich Angst vor etwas. Nur in dem Moment habe ich wirklich gewusst, ich habe es vorher schon einmal erzählt, ich habe schon einen Moment gehabt, wo ich am Tag davor, vor dem ersten Berg der Rockies oder am Berg davor, eingeschlafen bin bergauf und im Midnight bergab einschlafen und stürzen. Man muss kurz dazu sagen, das sind drei Berge, das sind drei Berge, die sind hintereinander. Aber auch auf der Strecke schaut es sehr kurz aus, aber über die drei Berge ist man über 16 Stunden unterwegs. Also wenn du sagst am Vortag, dann ist es auch tatsächlich am Vortag passiert. Ja, und was natürlich dann auch noch dazu Beitrag hat, war einfach richtiges Pech, weil ursprünglich geplant in unserer Strategie ist es so, vor den Rockies ein Powernap, nach den Rockies die erste längere Pause. Das geht sie normalerweise aus. Nur jetzt haben wir durch die vielen Dinge, die nicht gelaufen sind, einfach eine Verspätung gehabt. Wir sind nicht in der Nacht über die Rockies gekommen, was von der Temperatur her natürlich nicht angenehm ist, sondern wir sind mitten am Tag drüber gekommen, was ich noch nie erlebt habe, dass es auf 3000 Meter 30 Grad hat. Und wir haben die letzte Pause davor machen müssen, schon in den Bergen. Weil das Wohnmobil ein Potschen gehabt hat, um das jetzt ganz profan auszudrücken. Ich bin da, das Wohnmobil hat so Stockbetten gehabt, genau über der Achse. Und ich bin geschlafen direkt über dem Reifen. Und den Reifen hat es komplett zerrissen, die Karkasse hat es runter und einige Wurzeln zwischen den Reifen. Und ich habe genau drüber geschlafen. Und das Wohnmobil ist ja in Wirklichkeit nur aus so 5 Millimeter Brechspanplatten zusammengeleimt. Mehr ist es ja nicht. Und ich bin kurz aufgewacht und habe gesagt, ah ja, gut, es wird sich gekümmert und habe weiter geschlafen. Und dann bin ich aufgewacht, da bist du hinten gelegen, bist massiert worden und es war eine richtige Schlafpause. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Wir haben eigentlich die Entscheidung gehabt, das Wohnmobil hängt jetzt in den Bergen fest. Der Bahnendienst kann erst in der Früh kommen. Und wir müssten entweder die Pause im Mobil machen, in der Höhe, was wir nicht wollten, oder weiterfahren und weiter unten im Begleitfahrzeug schlafen. Dann war es trotzdem leider so, dass wir dann die Entscheidung getroffen haben, okay, ich schlafe jetzt oben in den Bergen. Da ist man zwischen den Bergen immer noch auf über 2000 Meter Höhe, weil ich einfach Angst gehabt habe vor der Abfahrt in der Nacht. Das war zwischen dem ersten und dem zweiten Pass. Da war eben die notgetrungene Pause und ich habe das wirklich am nächsten Tag auch noch gemerkt. Ich war viel schlechter erholt. Ich habe mich in dieser Pause viel schlechter regeneriert. Und dann eben dieses Drama am Kutschara-Pass. Und von dort weg dann die Abfahrt habe ich wirklich Angst gehabt zu stürzen. Es ist dann gut gegangen. Die Crew hat gut auf mich aufgepasst. Und wie wir unten waren, war dann wirklich die Pause länger angesetzt worden. Deutlich über eineinhalb Stunden. Da ist im Vordergrund gestanden, auskurieren, aufs Rennen jetzt mal vergessen, also auf die Zwischenstände, auf den Rennverlauf einfach nicht achten, sondern mir holen und dann weiterfahren. Weil mittlerweile habe ich auch den ersten Platz verloren, der Severin Zotter oder Sevi, wie wir ihn nennen, den du auch kennst. Du hast ihn ja auch schon mal betreut früher. Ehemaliger Arbeitskollege als Fahrradboote, als Fahrradbotenlegende. Und Trainingskollege und guter Freund von mir. Wir sind beide aus Graz. Er hat mich in der Zwischenzeit überholt, ist in Führung gelegen. Ich war auf Platz zwei. Aber es war eigentlich jetzt gerade alles egal. Ich habe gemerkt, ich bin jetzt an meinen Grenzen oder meine Grenzen haben mich eingeholt. Ich bin nicht gesund. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch kränker werde mit dem Lungenödämm, der sich entwickelt hat. Und die Pause hätte eigentlich helfen sollen, das Ganze in den Griff zu kriegen. Kurzfristig hat es ja eh geholfen. Also ich hoffe, dass ich es nicht verschreie, aber eigentlich ist Kansas Main Terrain. Bloch, rot aus und ich hoffe, dass ich heute ordentlich aufholen kann. Es schaut zwar nach kräftigem Seitenwind aus, aber der macht so eine Klauungssinnung, der nervt nur. Aber auch für sich freue ich mich immer auf Kansas. Eine meiner Lieblingspassagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Kansas wirklich gerne mag oder ob ich es nur einrede. Oder ob ich es nur sage, um andere Radlfahrer ein bisschen zu beeindrucken. Aber wir sind tatsächlich in Kansas angelangt. Die gesundheitlichen Probleme waren vorübergehend besser. Und wie es weitergeht, erzählen wir euch beim nächsten Mal. Und wie es weitergeht, erzählen wir euch beim nächsten Mal. Wo Ignatius Funk